Jungs Gnw 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 Audi, Volksund willkommen zurück zu Lai Gnw 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 Aber das ist gefühlt, das ist ein Fein. Tschüdo. Vielen Dank. 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 Blöventon. Ein Silberner Schilstel, der die Pirat. Ein Silberner Schilf, 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 der die Pirat. Ein Silberner Schilf. 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 Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Damn! Kolia! Ich weiss, dass du dich auf einen Ankh gehst. Der Hund! Ich lasse nicht zu, dass du damit durchkommst. Kämpfen wir. Beruhige dich! Immer mit der Ruhe! Wenn es so dramatisch ist, bringe ich es zurück. Ich gehe zurück und spreche mit Umi, um herauszufinden, ob Kolia das Schatz vielleicht gemacht hat. Endlich habe ich es geschafft, den grössten Schatz aller Zeiten. Oh, ein Schatz von unschönsparren Wert? Nein, noch besser. Das Geheimrezept des Quido für Hühnerkäulen mit Soße. Kochbranschpezialität. Das beste Gericht im ganzen Universum. Ich habe es noch nie probiert. Also, mein Verbündeter, teile ich das Rezept mit dir. Bring mir zwei Hühner für das Gericht. Wo soll ich zwei Hühner herbekommen? Schnell. Hähnchen. Hol zwei Brathähnchen. Ich fände noch etwas um den Aufwand zu stellen. Hähnchen. Oh. Ich fände noch etwas um den Aufwand zu machen. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.